Hallo, hier ist Ronja und wir sind jetzt, äh, seit wem gestimmt Badwurst-Profis, die Izzy und ich. Ja, wir hatten auf ihrem Kanal schon eine überragende Folge zu zweit. Ja, wir haben uns ja letztes Mal ein bisschen carryen lassen. Also jetzt, der Treib mal nicht, die war episch. Die war episch. Legendär! Legendär! Und, ähm, oh mein Gott, Team Blau ist schon weg. Okay. Bin ich froh, dass die nicht für uns gegangen sind. Das wäre ja jetzt ein bisschen blöd. Das wäre irgendwie ungünstig. Okay, wir sind jetzt sowas wie Badwurst-Profis und, ähm, deswegen spielen wir jetzt auch bei den Badwurst. Ich gehe gerade zu Team Grau, falls du Langeweile hast, kannst du mich begleiten. Okay, ich kriegst du jetzt natürlich auch alleine hin. Bau mit Holz ein, yes, Ronja, du bist so schlau. Danke. Wirklich, IQ 2000. Das wollte ich immer schon mal von dir hören, das bedeutet mir so viel. Oh, ich weiß, ich weiß. Das von jemandem wie mir zu hören, der einfach genial ist. Ja, genau, das ist halt auch, ne? Ja, auch mit dem Lerncomputer und so. Hier, ich hab dir noch mehr gekauft zum Einbau. Aua! Oh mein Gott, was ist denn? Hier, das ist ja frech, die denken ja auch, die können machen, was sie sollen. So, was haben wir weggekehrt? So, was, hast du alle? Kein Problem hier für Badwurst-Profis. Krass, ja, gar kein Problem. Und, äh, haben wir irgendwo vielleicht die Kiste? Äh, ja hier. Rett rosa. Oh, was ist das? Ich hab gerade vergessen, dass es deine Aufnahme ist und hab vorher viel geredet. Ist okay, dir Seil verziehen. Schmeiß ihn runter, schmeiß ihn runter, den blöden Grauen. Ja, kein Problem. Ja, nichts. Okay, dann können wir das erste Wetter bauen, oder? Ah, hier ist ein Grauer. Ja, ja. Hol ihn dir! Ich hol ihn mir! Und? Zack, Mann, Mann! Nein, ich bin gestorben! Mann, ich hab mir den Hex reingelassen! Oh! Ja, ich hab's gesinnt. Und nein, jetzt sterbe ich selber, du hast so gut zu sehen. Oh, das ist nicht gut. Er hat seinen Hex aktiviert, glaube ich. Ja, das ist ja frech. Warte, können wir die trotzdem abbauen? Ja, rüber mit dir. Na, Wett ist schon weg. Ah, der Beste, kann man schon weg? Wett ist schon längst weg, kein Problem. Welche Farbe sind wir eigentlich? Weißt du, wenn du nicht zerstrört? Ah, wir sind rot. Ich dachte, wir wären weiß, aber... Ja, ich bin mir auch nicht verzüchert. Zack, hol ihn dir! Oh, wo ist er denn? Hier hinten in der Ecke. Ich hab ihn. Ah, okay. Alles gut. Alles geht's. Alles küsum. Okidoki, dann würde ich sagen, ich gucke mal kurz bei uns in der Basis nach, ob wir da irgendwie etwas haben oder verteidigen müssen, aber dann würde ich sagen, gehen wir auf zu blau, oder? Okay, auf zu blau! Nee, blau ist tot. Never mind, wir müssen nicht zu blau. Oh, wir können zu den nächsten. Dann lass zu Pink, wir können zum nächsten. Wir können zu Pink. Okay. Ich bin von Pink. Ah, Pink, gehen wir schon? Oh, der Pink ist zu Hause und hat mich in die Luft gesprengt. Meine Reihe! Ich räche dich. Illegale Explosionen, Feuerwerksgebrauch. Hier, Sprengkörper sind verboten und so. Wir sind ja nicht bei einem Fußballspiel. Okay. Au! Ich muss ihm beibringen. Ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Oh, Team Pink wurde eliminiert von Weiß. Okay. War am besten nicht weiter zu Pink. Ich glaube, da gehen die Weiß jetzt hin. Okay. Was ist dein liebstes... Mein liebstes Schwert? Essensgedöns. Keine Ahnung. Essensgedöns. Ähm. Blau ist raus, ne? Grün ist noch drin. Wir könnten mal Mitte gehen. Mitte? Mhm. Okay. Oh, warte. Hier ist ein roter. Das bin ich. Sorry. Hab den auch gerade gesehen? Ich dachte, das bist du. Oh, warte. Da hinten ist einer. Ich glaube, der baut sich da drüber. Ah, da sind doch Diamanten. Warte. Bei der hinteninsel. Hat der Feuerbälle? Der hat keine Feuerbälle. Aber ich glaube, der... Ne? Und wir bauen uns hoch. Oh, yeah. Wir können ganz dumm gucken. Ich läge und kann nicht springen. Das ist kein Problem, denn du kannst singen. Auf geht's. Okay. Zwei Stück. Oh, ja. Zwei Leute! Kommen wir von oben. Oh, ja. Der erste fliegt. Der andere hat jetzt ein bisschen Angst gekriegt. Der hat erst mal stehen geblieben vor Schreck. Der hat sich gedacht, oh nein. Nein. Ich will nicht sterben. Oh. Ja. Nein. Oh mein Gott. Warum sind wir einfach so gute Battle Wars Spieler? Ja, Ronja. Ist das eine Frage? Ach, das Bett ist schon weg hier. Das Bett ist schon weg. Papa, wo müssen wir denn hin? Hä? Warte, wer nix noch? Äh... Nein. Schaffst du das? Ja. Nein, ich bin tot. Okay. Ich hatte nicht mehr so viel Leben. Au! Warte, der haut mich. Ich denke dir auch, der kann tun, was er will. Okay. Ja, hol dir das Bett. Ja, warte, warte. Ich bin noch dabei. Okay. Äh, ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert, aber ich werde das schon schaffen. Ja. Wir sind die halbe Runde runter. Oh! Das hilft mir beim Beruhigen. Ich kaufe uns mal, ähm, meiner und ich habe uns einmal Dings gekauft. Rüstung, okay? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Rüstung und wir können jetzt ein bisschen schneller abbauen. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir es nochmal bei Türkis. Okay? Wir versuchen nochmal unser Glück. Okay. Ich habe jetzt wieder eine Eisenachst. Und... Okay, der Türkise, der... Ja, komm, nimm das halt. Weißt du... Hast du den weggesprengt? Pfff! Ja, war mir jetzt zu blöd, die mit der Herzen laufen. Ganz ehrlich, muss man halt auch manchmal einfach... Nö. Nö. Jetzt reicht's mir so. Weißt du, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Gut. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich ja den Spaß. Irgendwann ist es gut. Ja. Okay, warte. Ich könnte mir vielleicht sogar noch einen Goldapfel kaufen. Oh. Ja. Edel. Ja, ein Goldäpfelchen. Drei Gold kostet das nämlich der Spaß. Gut. Okay, dann springe ich hier diesmal nicht runter. Einfach grundlos. Oh, diesmal nicht? Okay, gut, nice. Warte auf mich. Warte, warte, warte. Ich warte bei gelb in der Basis auf dich. Okay, nice. Okay. Die Türkisen kommen aber zu gelb. Ah, der dreht um. Der hat mich gesehen. Der hat Angst. Der hat dich gesehen. Der hat Angst, okay. Oder der hat dich gesehen. Die können jetzt wieder Feuerbälle haben und ich glaube, das haben sie auch. Okay. Komm mal. Aha. Aha. Der hat er gesprengt, hm? Ähm, warte, warte. Ich komme hier hinter. Warte mal. Ich würde jetzt und sterben. Der kommt jetzt, der kommt jetzt. Der... Nee, das sind beide. Okay. Das Ding ist... Ich glaube... Oh, du hast einen Feuerball. Oh, nice. Einen haben wir. Nice, 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 nice. Sehr gut. Okay. Okay, zweiten. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Goldapfel. Warte, ich kämpfe mit dem. Ich baue ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du abwarten? Ja. Ja, ja, ja. Komm, wir holen die, Ronja. Ähm, warte, du bist der Letzte, gell? Ja. Ja, nein. Tief, alieniert. Oh mein Gott. Jetzt nur noch... Jetzt nur noch grün. Nur noch ein grüner. Der ist direkt neben uns. Ja, aber der hat auch noch sein Bett. Der ist über uns. Ist der über? Der hat nur alte Apfel gegessen. Oh, das ist ja... Momentchen. Hallo, mein grüner Kumpel. Der beim Bett steht. Warte, ich geh zu ihm. Der hat einen Holzwert. Jetzt wer macht das Bett? Ja, der ist jetzt gleich tot. Der ist tot. Okay, nice. Ronja, richtig gut. Richtig. Okay, warte. Du kannst das Bett... Nee, du bist noch nicht so weit. Nee, nee. Das ist Team Gelb hier. Das ist Team Grün. Ein weiter. Ein weiter. Ein weiter. Ja, ja. Wie war da eigentlich der Apfel? Ja. Bitte nicht legen. So. Ich bin auf dem Weg. Die lange, beschwerliche Reise. Ich hoffe, die kommen nicht einfach zu uns. Das wäre uncool. Aber das machen sie sicher nicht. Weil sie sind ja auch nette Mitspieler. Oh, da fliegt einer. Hab ich gesehen. Ja? Fliegt er runter? Ja. Dann würde ich sagen, hier und ich verlasse den letzten Kit. Okay? Oh. Danke, danke. Oh mein Gott. Wir sind so gut im Bedwurfs. Ich komme hier den Weg zwar nicht lang. Das Labyrinth ist meine größte Herausforderung. Aber... Okay, leider zu mir. Oh, ich komme hier nicht lang. Warte, ich baue hier ab. Hier ist alles zugebaut. Der hat hier so eine Art Wand des Grauens. So, grüner Freund. Ja, los. Du denkst, du kannst überleben, ha? Ha? Ich denke nicht. Ja. Sieg! Nein! Sieg! Oh mein Gott, das ist mein Fünfter. Ich gewinne nicht so oft. Ha! Geil! Wir sind gut. Wir sind über... Ich glaube... Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nicht eine einzige Runde gewonnen. Yes! Wo wir nicht von irgendjemand anderem zusätzlich halt becarried wurden. Also, wenn es mir gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt einen Kommentar. Lasst mir einen Daumen hoch da für diese krasse Runde, ja. Ja, ja. Schaut bei der Easy vorbei. Wie gesagt, da haben wir vor kurzem auch eine Folge Bad Wars aufgenommen. Die lief auch ganz gut, wenn ich mal so sagen darf. Und dann machen wir... Was? Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss! Ciao! 06 06 motor 06 06 06 06 07 06 08 06 010